Du kennst das bestimmt auch. Die nächste Präsentation steht an und natürlich stellt es sich wieder ein, das Lampenfieber. Immer wenn wir vor vielen Menschen sprechen müssen, kommt es als ungebetener Gast mit dazu und bringt uns komplett durcheinander. Wir vergessen Text, wir werden auf einmal ganz unruhig, die Stimme macht komische Sachen. Und in diesem Video zeige ich dir die Top 5 Tipps, wie du deinen Lampenfieber besiegen kannst. Ich bin Monika Hain, ich bin seit 20 Jahren Coach und Trainerin für persönliche Präsenz. Ich unterstütze Menschen dabei, über ihre Stimme und über ihre Kommunikation souveräner aufzutreten. Bevor ich dir die konkreten Tipps verrate, schauen wir uns erstmal an, was bei Lampenfieber überhaupt passiert. Unser Körper fühlt sich beobachtet. Deine Befürchtung ist, dass du versagen könntest und alle schauen dir dabei zu. Das löst massiven Stress im Körper aus und deswegen fängt das Nervensystem an, bestimmte Dinge zu tun. Du kennst sie vielleicht. Wir fangen an zu schwitzen, das Herz fängt an, schnell zu klopfen und wir werden hektisch. Das passiert in unserem Körper und das ist der Graus, gerade wenn wir vor anderen Menschen sprechen und uns beweisen müssen. Deswegen gilt es zu handeln. Und hier kommt auch schon Tipp Nummer 1. Das ist der wirklich wichtigste Tipp von allem. Atme ruhig weiter. Was wir konkret vergessen in dieser vermeintlichen Bedrohungssituation ist, dass wir weiter atmen. Und zwar gezielt und ruhig weiter atmen. Natürlich atmen wir irgendwie flach, oberflächlich, aber das reicht nicht, um unser System wirklich zu entspannen. Du brauchst also eine Atmung, die wirklich in den Austausch geht. Du brauchst eine gezielte Ausatmung und du brauchst eine tiefe Einatmung. Du kannst das entweder vorher machen, vor deinem Auftritt, vor deiner Präsentation, dass du geführt wirklich Luft ausatmest. Du atmest auf F alle Luft, die du hast aus und lässt die Luft dann locker wieder einfallen, indem du den Mund öffnest. Also atme weiter. Atme voll. Atme wirklich für dich. Denn bei Lampenfieber ist es so, dass der Körper stockt. Wir halten alle Luft bei uns und wollen uns möglichst wappnen, damit wir kämpfen oder flüchten können. Beides wird nicht zu deinem Erfolg beitragen. Deswegen atme weiter. Tipp Nummer 2. Bereite dich gut vor. Und damit meine ich nicht, dass du jedes kleine, noch so kleine Detail vorbereitest. Nein. Ich meine, dass du eine Roadmap brauchst. Du brauchst eine Route, anhand derer du durch deine Präsentation gehst. Wenn du einen guten Überblick darüber hast, wie du von Thema A zu Thema B kommst und wie du die Übergänge gestaltest, dann weißt du genau, wo du hin willst, nämlich an dein Ziel, an deine Absicht in deiner Präsentation. Und wenn du das innerlich gut strukturiert hast und inhaltlich auf dem Kasten hast, dann brauchst du auch nicht jedes kleine Mini-Detail. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du mal was vergisst. Denn kein Mensch weiß, was du vergisst. Das wäre also deine inhaltliche Vorbereitung. Und natürlich ist es auch wichtig, dass du in der Vorbereitung diese Dinge laut aussprichst. Das heißt, probe deine Präsentation. Damit kannst du gut vorbauen, denn dein System hat dann schon einmal geprobt. Dein System kennt deine Präsentation schon und steht nicht dann im entscheidenden Moment zum ersten Mal da und soll das aussprechen. Sondern du probst es laut zu Hause. Lauf durch deine Wohnung, erzähl es deinem Spiegel, erzähl es deiner Katze, erzähl es deinem Lebenspartner oder deiner Partnerin. Auf diese Art und Weise kannst du spielerisch entwickeln, was du wo sagen möchtest, merkst dir die Übergänge und schon bist du gut ausgerüstet und kannst so deinem Lampenfieber begegnen. Tipp Nummer 3 Übe den festen Stand Es ist unglaublich entscheidend, wie du in einer Präsentation zu den Dingen, die du sagst und zu dir selbst stehst. Zumindest in den ersten paar Minuten, denn genau da schlägt das Lampenfieber meistens unbarmherzig zu. Stell dich mit beiden Füßen hüftbreit auf den Boden. Stell dir vor, du hast dort Superkleber und du kannst nicht von der Stelle. Du kannst aber auch nicht umgekippt werden von irgendjemandem, der dich vielleicht komisch anguckt oder der dich irgendwie verunsichert. Denn unsere Nervosität, die zeigt sich häufig darin, dass wir umher tänzeln und unseren Text verlaufen und alle damit unruhig machen. Das heißt, steh zu deinen Inhalten. Packe deine Füße wirklich fest an den Boden und geh dort nicht weg. Bis zu dem Moment, wo du dich ganz, ganz sicher fühlst. Und dann kannst du natürlich auch gehen auf der Bühne, aber hab einen Satz im Kopf. Der Schauspieler, der geht immer mit einem Ziel im Kopf auf der Bühne umher. Der geht nie ohne Ziel los. Das heißt, gehe los, wenn du weißt, du möchtest dort drüben die Person ansprechen oder du möchtest da zu deinem Glas Wasser gehen. Aber einfach nur umher tänzeln hat meistens wenig Funktion. Deswegen steh fest und wenn du gehst, geh mit einem Ziel. Tipp 4. Gib deinem Publikum ein Geschenk. Das ist eine innere Haltung, die du mit auf die Bühne bringen kannst, denn du hast ja Inhalte dabei. Du hast meistens ziemlich gute Inhalte dabei. Und die möchtest du deinem Publikum vermitteln. Wenn du Lampenfieber empfindest, dann hast du Angst vor deinem Publikum, weil das ist eine wabernde Masse voller Feinde. Und wenn du dich wirklich verbinden möchtest, dann hast du die innere Haltung, dass du etwas übergeben möchtest, nämlich deine Inhalte. Und ein Geschenk zu übergeben bringt bestimmte Emotionen mit sich, nämlich dass du zum Beispiel stolz und aufrecht bist. Wenn du dir vorstellst, ein kleines Kind malt ein Bild und dieses kleine Kind überreicht dir dieses gekritzelte Bild, dann wird es das voller Stolz tun und wird es überreichen mit einem erwartungsvollen Blick und neugierig machen auf das, was es da kreiert hat. Genau so wollen wir dem Publikum gegenübertreten. Wir wollen nicht beschämend uns klein machen und möglichst verstecken, sondern wir wollen Aufmerksamkeit generieren. Wir wollen Neugierde erschaffen. Wir wollen auf die Bühne gehen, die Leute vielleicht sogar überraschen. Wenn ich meine Vorträge anfange, fange ich meistens mit einer kleinen Überraschung an. Vielleicht fange ich an, Texte zu rezitieren oder irgendetwas zu tun, womit die Menschen nicht rechnen, weil sie dadurch neugierig werden. Weil sie dadurch beschenkt werden, durch einen Moment der Überraschung. Und vielleicht kannst du sowas auch generieren. Das heißt, die ersten Sätze könnten schon ein kleines Geschenk für sie sein, mit dem sie nicht rechnen. Womit Menschen rechnen, ist sowas wie, hallo, guten Tag, mein Name ist Monika Hain und für viele ist es dann schon ein bisschen öde. Deswegen mach dir vielleicht die Mühe, den ersten Moment zu gestalten wie ein Geschenk. Du gehst also hin und gibst ihnen etwas. Und sei es eine kleine Überraschung. Tipp Nummer 5. Deine entspannte Stimmlage. Wenn du mit der Stimme arbeitest und hast Lampenfieber, dann kann es sein, dass uns die Stimme nach oben rutscht und wir auf einmal ganz unsicher klingen und immer die Melodie nach oben ziehen und irgendwie verlieren wir die Stimme komplett aus dem Griff und fangen an zu jodeln. Vielleicht kennst du das von dir oder auch anderen, dass wir aus Nervosität auf einmal eine vollkommen komische und ungewohnte Stimmlage einnehmen. Und was mir mal passiert ist, vor lauter Stress und Aufregung, als ich noch ganz jung als Trainerin unterwegs war, habe ich in einer ganz kleinen Gruppe, in einem ganz kleinen Raum viel zu laut gesprochen und habe meine Stimme wirklich mit viel Druck rausgegeben, bis eine Teilnehmerin sagte, können Sie bitte ein bisschen leiser reden? Und ich war so dankbar, dass sie mir ein Feedback zu meiner Stimme gegeben hatte, denn die war alles andere als entspannt. Und das können wir tun, um die Stimme zu entspannen. Stell dir vor, dass du ganz sanft sprichst. Und dieses ganz Sanfte ähnelt einem Blubbern, das wir erzeugen können, wenn wir das Kutscher-R üben. Wenn du also einen lockeren, tiefen Ton blubberst, ganz gelassen, damit lockerst du deine Stimmlippen. Erstmal ist es ein witziger Trick, wenn du vor deinem Vortrag hin und wieder mal blubberst, denn du änderst deinen eigenen Zustand der Anspannung. Und außerdem lockert es durch den Atem wirklich deine Stimmlippen und du kannst in deiner vollen Stimmlage sprechen. Wir nennen diese Stimmlage Indifferenzlage. Das heißt, deine Kehle ist komplett entspannt und locker und du überzeugst alleine schon durch deine Entspanntheit. Also blubbere schön vor einem Vortrag. Und wenn du dich damit sicher fühlst und das gut läuft, kannst du auch verschiedene Tonlagen anblubbern und damit deine Stimme regelrecht warm machen. Also entspanne deine Stimme. Steh wirklich fest am Boden. Sei gut vorbereitet. Gehe in Kontakt mit deiner Atmung und dann kann dir eigentlich nicht mehr viel passieren. Es kann gut sein, dass das Lampenfieber nicht komplett weg ist. Aber denk immer daran, dass das Lampenfieber dich auch in eine gute Grundspannung versetzt, sodass du wachsam bist und wirklich gut aufpasst, was du da auf der Bühne tust. Wir werden achtsam, wir werden ganz, ganz aufmerksam und ein bisschen davon kann die Sinne wirklich schärfen. In diesem Sinne, arbeite mit dir, mit deiner Stimme, mit deiner Vorbereitung und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine nächste Präsentation. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest und neugierig geworden bist, was du noch alles mit deiner Stimme machen kannst, dann komm auf sinnsucher.de und schau nach meinem Kurs Starke Stimme, starke Persönlichkeit. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!